Hi, ich bin Philipp von Eurowings und ich habe heute ein paar nützliche Tipps für Sie, wie Sie reibungsloser in den Urlaub kommen. Um Wartezeiten zu minimieren, können Sie schon 72 Stunden vor Abflug online einchecken. Natürlich kostenlos. Das geht total unkompliziert und schnell mit der Eurowings-App oder online auf eurowings.com. Oder Sie nutzen am Reisetag einen unserer Self-Service-Automaten zum Einchecken oder zur Gepäckaufgabe. Das ist an diesen Flughäfen hier möglich. Und keine Angst, die Automaten erklären Ihnen Schritt für Schritt, wie es funktioniert. Probieren Sie es einfach mal aus und sparen Sie sich das Schlangestehen am Check-in-Schalter. An einigen Flughäfen können Sie alternativ schon am Vorabend Ihres Abflugtages Ihr Gepäck aufgeben. Auch hier nicht vergessen, vorher online einchecken. Das erspart Ihnen Wartezeiten am Reisetag. Auch an der Sicherheitskontrolle lässt sich viel Zeit sparen, indem man mit möglichst wenig Handgepäck reist. Also nehmen Sie nur das Nötigste mit an Bord und verzichten Sie, wenn es geht, auf die Mitnahme von Flüssigkeiten. Und nicht vergessen, vor dem Packen die Handgepäckgröße auf unserer Website checken. Planen Sie bitte ausreichend Zeit für Gepäckaufgabe und Sicherheitskontrolle ein. Dann sind Sie immer auf der sicheren Seite und pünktlich beim Einsteigen. Wir freuen uns, Sie an Ihr Urlaubsziel fliegen zu dürfen. Bis ganz bald an Bord! Bis ganz bald an Bord! Bis ganz bald an Bord!